So, und zwar, Waldler ist das neue Getränk von Thüringer Waldquell. Das ist halt dieselbe Firma, die auch wieder Cola macht und das ist mit Honig und Holunderblüte. Also könnt ihr mal in einem Getränkemarkt seit und das sät mal probieren. Das schmeckt so ein bisschen wie Krankheit. Also wenn man dann die Bombe ums lutscht. Außerdem, bei Rollsband und so, ein bisschen belegt, habe ich hier eine, warte, was ist das? Eine Sega Mega Drive 2. So, also ich bin ja so Fan von so älteren Konsolen, ungefähr halt so das Kaliber. Aber ich habe halt keinen Super Nintendo. Also, wenn ihr einen Super Nintendo zu Hause habt, dann könntet ihr mir mal schicken, mit allem drum und dran und vielleicht auch ein paar Spiele. Da wäre ich euch echt dankbar, dankbar. Das ist das und ich würde jetzt sagen, zock jetzt entweder Sega oder trink was. So, tschüss. Ist das alles?